Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video. Pascal at Business. Ich hatte gestern eine Telefonkonferenz mit zwei potenziellen Kunden. Die wollten, dass ich mich am Unternehmen beteilige oder coache. Beides hätte passieren können oder beides wollten sie. Und in diesem Call habe ich ihn identifiziert. Den tödlichsten Fehler im Verkauf. Den hat nämlich dieser Typ begonnen. Begangen? Egal. Hast du Bock drauf? Ich zeige es dir. Let's go. Also, der tödlichste Fehler im Verkauf. Wie du vielleicht weißt, biete ich ab und an die Möglichkeit, mit mir zu telefonieren. Also Strategie-Sessions. Wir schicken also eine Mail raus an unsere Leser und sagen, hey, hast du Bock mal mit Pascal zu telefonieren? Weil ich nehme mir wirklich Zeit, eine Stunde und wir telefonieren miteinander. Warum mache ich das? Zwei Gründe. Erstens, ich will einfach was zurückgeben. Das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Aber zweitens, nicht ganz uneigennützig. Ich lerne auf die Weise viel besser die Engpässe unserer Kunden kennen und kann mich in die Köpfe versetzen. Und in diesen Telefonaten passiert es mir immer wieder, dass ich hier drüber stolpere. Über den größten, tödlichsten Fehler im Verkauf. Und ganz ehrlich, irgendwie 99% aller Menschen machen. Verkauf. Du bist eine Verkäuferin. Du bist ein Verkäufer. Punkt. Ob du willst oder nicht. Denn du musst dich verkaufen. Du musst deine Ideen verkaufen. Du musst dich selbst verkaufen. Selbst wenn du ein Angestellter bist, musst du dich deinem Chef, deiner Chefin verkaufen. Du, wenn du eine Partnerin oder einen Partner hast, hast du dich damals im sozusagen Verliebe-Anwandel-Prozess. Jetzt hast du dich ja auch verkauft. Du bist ja nicht hingegangen und hast gesagt, weißt du was, ich bin der größte Trottel überhaupt, aber wäre doch cool, wenn wir trotzdem zusammen wären. Hast du ja nicht getan. Sondern du hast dich verkauft. Also jeder verkauft sich. Basta. Ganz einfach. Der tödlichste Fehler im Verkauf ist aber der folgende. Im Verkauf treffe ich immer wieder Menschen, die sagen, ja, ich konzentriere mich auf die Leute, das ist meine Zielgruppe, die Interesse an meinem Produkt oder meiner Dienstleistung haben. Die will ich haben. Die sind spannend für mich. Und dann glauben die, wisst ihr was, die, wenn wir die haben, die machen wir dann zu denen hier. Denn da konzentrieren wir uns dann auf die, die kaufen wollen. Also Schritt 1 sagen die, ja, wir legen vorne los und suchen die, die Leute, also sie oder er, hat Interesse an meinem Produkt oder meiner Dienstleistung. Für die mache ich mein Marketing. Hat Interesse an meinem Produkt oder meiner Dienstleistung. Und dann Nummer 2 aus denen herausfilter ich dann die, die kaufen wollen. Ja, und das sollten möglichst viele sein, weil dann machen wir viel Umsatz und dann kaufe ich mir einen Ferrari. So, jetzt mal ganz platt ausgedrückt, ja. Was ist der riesengroße Problem, was ist der riesengroße Problem da dran? Ja, du hast schon recht. Also was ist das riesengroße Problem da dran? Das ist ganz einfach. Ich hatte letztens einen Berater am Telefon, gestern, genau. Ich hatte gestern einen Berater am Telefon und dieser Berater ist ein Unternehmensberater. Und er hilft Unternehmen dabei, in einer speziellen Nische, also gar nicht doof, aber in einer speziellen Nische dabei, im IT-Sektor ganz genau, mehr Kunden zu gewinnen. Und damit ihren Umsatz zu steigern. Das heißt, er sucht nach Menschen, die Interesse an dieser Dienstleistung haben. Und dann habe ich mir seine Webseite mit ihm gemeinsam angeguckt. Und diese gesamte Webseite war ausgelegt auf sein Produkt bzw. seine Dienstleistung. Und vielleicht stellst du dir jetzt die Frage, was redet der Onkel da? Wo ist denn das Problem? Wo ist denn der tödlichste Fehler? Ich werde es dir jetzt sagen. Alle diese Leute vergessen Schritt Null. Gehen wir doch mal zu dem Beispiel, der Unternehmensberater, der IT-Dienstleistern dabei hilft, mehr Kunden zu gewinnen und damit mehr Umsatz zu machen. Nehmen wir mal das Beispiel. Kannst du dir vorstellen, dass es in dieser Republik einen IT-Unternehmer gibt oder eine IT-Unternehmerin? Die steigt heute Abend ins Bett, deckt sich schön zu, macht noch ein Bibi-Bloxberg-Hörspiel an, damit sie schön einschlafen kann. Am nächsten Morgen wacht sie auf, liegt im Bett, wacht auf und denkt sich, ich brauche einen Dienstleister, der mir hilft, mehr Kunden und mehr Umsatz zu gewinnen. Einen speziellen Unternehmensberater für IT-Dienstleister. Glaubst du, das passiert? Ich habe die Antwort für dich, nein, das passiert nicht. Warum nicht? Hier kommt die nackte Wahrheit. Niemand interessiert sich, Klammer auf, in Schritt 1, Klammer zu, für deine Dienstleistung oder für dein Produkt. Bäm. Das ist einfach mal die Aussage. Und diese Message, niemand interessiert sich für dein Produkt, führt uns, oder für deine Dienstleistung, führt uns zu Schritt 0. Und das ist der tödlichste Fehler, den aber 99% aller Menschen, die ich zumindest treffe, und es sind nicht so wenige, die ich treffe, machen. Die konzentrieren sich nur hier drauf, die lassen Schritt 0 raus. Was ist Schritt 0? Naja, das mache ich in meinen Unternehmen. Ich konzentriere mich auf die Leute, die sagen, ich habe ein Problem oder einen Engpass. Oder ich bin interessiert an folgender Lösung. Lösung. Was ich nämlich hier mache, ist ganz einfach. Ich konzentriere mich in meinen Unternehmen, egal ob im Dienstleistungsunternehmen oder im Versandhandel, nicht auf das Produkt, nicht auf die Dienstleistung, sondern ich konzentriere mich auf die Lösung, die meine potenziellen Kunden suchen und auf den Nutzen, an dem sie interessiert sind. Und das ist ein Riesenunterschied. Denn 99% aller Menschen, aller Unternehmerinnen und Unternehmer sind Dienstleistungs- oder Produktzentriert und denken Dienstleistungszentriert. Und das ist der größte Haufen Scheiße, den du machen kannst. Weil morgens früh einfach keiner aufsteht und sagt, ich brauche einen Unternehmensberater spezialisiert auf die IT-Dienstleistungsbranche, der mir hilft, mehr Kunden zu gewinnen. Damit wacht keiner auf. Wirklich nicht. Der Pain-Point ist das, womit die Leute aufwachen. Ich habe ein Problem, einen Engpass. Deshalb versetze ich mich in den Kopf meiner Kunden und überlege, wo brennt denen der Kittel? Was haben die echt für ein Problem? An welcher Lösung sind sie interessiert? Es ist niemand an der Dienstleistung, ich berate IT-Unternehmen interessiert. Da ist keiner dran interessiert. Wo die Leute dann interessiert sind, sind hier mehr Cash in the Cash. Die wollen mehr Geld haben. Die wollen mehr Kunden haben. Das ist der Kittelbrennfaktor. Kittelbrennfaktor übrigens ein tolles Wort, was ich von einem sehr, sehr geschätzten Trainer gelernt habe, nämlich Edgar Geffroy. Nur mal, dass du es gehört hast. Das heißt also, Schritt Null. Und das ist das, was du tun solltest in deinem Online-Business, mit deinem Produkt. Ob du ein Produkt hast, eine Dienstleistung, Versandhandel, E-Commerce, egal was, B2B, B2C. Es ist völlig wurscht, wo du unterwegs bist. Dein Step Null muss sein. Deine Webseite, deine Werbeprospekte sollten sich bitte nicht auf deine Dienstleistung konzentrieren. Was du machst jeden Tag, darauf ist deine Mami und deine Oma und dein Opa, die sind da stolz drauf. Aber der Kunde nicht. Den interessiert, what's in it for me. Du hörst das von mir immer wieder in meinen Videos. Warum? Weil es so wichtig ist. Und weil das der Unterscheidungspunkt ist, wo Unternehmen abheben oder eben nur vom Umsatz her so vor sich her dümpeln. Und in dem Moment, wo du dein Marketing hierauf konzentrierst, ist das ein echter Game Changer. Ja, weil hier findet das richtige Abholen statt. Und das ist so wichtig, abholen. Du musst deine Leute abholen, damit die anfangen zu nicken und zu sagen, sie hat mich aber kapiert. Der hat mich aber verstanden. Weil dann tragen sie sich ein. Dann finden sie dich spannend. Glaubst du, die finden deine Dienstleistung spannend? Nee. Die finden die Ergebnisse spannend, die du für sie erreichst. Aber doch nicht deine Dienstleistung, doch nicht dein Produkt. Ja? Da musst du dich drauf konzentrieren. Hier auf den Schritt. Und das hier, alles klar, das kommt dann nachgelagert. Aber bitte erst hinterher. Und der Fehler ist, 99% aller konzentrieren sich nur da drauf. Die lassen das außer Acht. Und das, meine Lieben, ist aus meiner Sicht der tödlichste Fehler im Verkauf. Ich bin so froh, dass ich mit diesem Frust mal von der Seele habe reden können. Und in dem Sinne möchte ich ihm folgendes bitten. Gib dem Video bitte einen Daumen hoch. Abonniere diesen Kanal. Stell mir deine Fragen, deine Kommentare. Ich freue mich immer über jeden. Und like sie und beantworte sie auch. Und teile das Video, damit mehr, mehr Menschen hier diesen Mehrgeschäftskanal kennenlernen. Und wir mehr Menschen noch helfen können. Weil das ist mir persönlich eine Herzensangelegenheit. In dem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg mit deinem Business. Ob online, ob offline, ob Versandteil, ob E-Commerce, ob Dienstleistung, ob B2B oder B2C. Und wünsche dir noch einen fantastischen Tag. Mach's gut, dein Pascal. Ciao. Ciao.